guten morgen ihr hübschen und willkommen zum 24 1 also ihr wisst ja hatten wir ja schon die letzten beiden tage wochenende der finanzen ja es geht auch die 24 und die 1 heute die 25 es geht um die verträge etc pp gucken wir mal rein da haben wir die stabilität erfordert eine bereinigung und diese bereinigung ja da habt ihr euch aber nicht beigetraut ja da wollte da bislang nicht rangehen an dieses thema es ist also auch ein freischaufeln von etwas was auch immer da kommen mir als erstes dass heute der ideale tag ist um überflüssige dinge anzugehen ja sowas wie braucht man wirklich sky netflix amazon prime und ich weiß nicht was nicht was für alle streaming anbieter noch gibt alle gleichzeitig ja oder konzentriert man sich nur auf 1 muss man wirklich drei zeitungen abonniert haben oder konzentriert man sich nur auf 1 gibt es vielleicht einen günstigeren handy anbieter eine günstigere versicherung etc pp ja da erst mal in die bereinigung zu gehen dinge die man immer aufgeschoben hat ja wo man nicht rangehen wollte ist zum beispiel auch unterhalt ja unterhalt fürs kind zahlt da das andere elternteil tatsächlich auch den notwendigen satz oder habt ihr euch um streit zu vermeiden immer mit der hälfte von dem was sie eigentlich bekommen würde zufrieden gegeben ja das ist so hier so weil book of shadows hier immer was im verborgenen gelassen haben book of shadows und sind ja so die die schattenseiten nicht bereinigen wollen nicht wollte man nicht rangehen ja weil es entweder nervig war oder unangenehm war ja oder mal die die steuern steuererklärung zum beispiel für 2020 zu machen oder so ja erst mal für eine finanzielle stabilität jetzt selbst an die dinge ranzugehen die man immer aufgeschoben hatte ja wo man keine keine muße hatte da mal in die reinigung zu gehen die doch bitte anzugehen ja und da das der letzte tag von dem wochenende der finanzen ist sozusagen ja werden euch gestern oder vorgestern vielleicht auch schon die ein oder anderen dinge hochgekommen sein wo ihr dachtet so ja eigentlich eine keine ahnung müsste ich schon seit drei jahren mal wieder eine steuererklärung machen ja oder eigentlich liest diese zeitung sowieso keiner mehr oder was weiß ich werde da selber am besten wissen ja oder eigentlich könnten könnten wir mal die kinderzimmer ausmisten und das spielzeug war schon seit zwei jahren nicht mehr angeguckt wurde bei ebay reinsetzen ja oder ihr wisst schon was ich meine ja da sozusagen jetzt selbst in die bereinigung zu gehen um ein bisschen mehr stabilität na das sind aber viele die annähe das ist rausgefallen ja danke danke ja hört sich schon vertrauter an ja hier guckt das ist ehrlich gesagt wird mir das die kleine eule kosi gerade als bequemlichkeit angezeigt ja dass ähm ihr da bislang äh so ein bisschen aber das ist ja das was ich hier schon äh gesagt habe als ich die karten in der hand hatte ne dass ihr da einfach keinen bock drauf hattet ne keine lust zu hattet ja oder das so ein bisschen vor euch hin plätschern lassen habt ne da nicht so richtig beigegangen seid und jetzt wird hier äh gesagt so komm ne jetzt ist hier doch sowieso ähm eine ruhepause ja ihr könnt doch sowieso gerade nichts anderes großartiges machen ne ähm großartig weggehen oder sonst sowas ist ja sowieso gerade nicht angezeigt ne und ähm dann nutzt doch diese zeit die ihr sowieso gerade zu hause bleiben müsst ne wegen der angezeigten ruhepause dafür diese dinge die ihr bislang nicht angehen wolltet zu bereinigen ja damit ihr dafür mehr äh damit ihr mehr Stabilität kriegt ja und wie gesagt da geht es vor allem so um diese finanziellen Themen ne die wir ja nun schon alle aufgezählt haben ja gut ist doof ne aber haben sie ja recht ne haben sie ja recht können ja sowieso gerade nichts anderes machen also könnte man das eigentlich auch mal ein bisschen sinnvoll und produktiv nutzen ne ja dann fang ich wohl mal mit meinen überflüssigen Zeitschriften Abos an würde ich sagen und ihr so ja na gut wir gucken ja nachher nochmal ins Wochenorakel ja da hört ihr nochmal von mir und dann guck ich mal guck ich mir mal rückwirkend die Tagesorakel an wie ihr das so angenommen habt ob wir das nächste Woche so fortführen oder ob euch das zu früh am Morgen ist ja bis später noch bis dann so haben ja ist wie tactile jaw wir